Liebe Bürgerinnen und Bürger von Griechenland, Alexis Tsipras und seine Regierung haben die schwersten Verhandlungen mit 18 Regierungen der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds geführt. Alexis Tsipras und die Regierung haben die schwersten Verhandlungen mit meiner Regierung, nämlich der Deutschen Bundesrepublik. Die schwersten Verhandlungen waren mit meiner Regierung, nämlich der Deutschen Bundesregierung. Und das beste, was möglich war, haben sie herausgeholt. Alle Risiken sind jetzt kalkulierbar. Bei einem Grexit wäre nichts kalkulierbar gewesen. Ich nenne Ihnen drei Gründe, warum man Syriza und Alexis Tsipras wählen muss. Ich sage Ihnen drei Gründe, warum man Syriza und Alexis Tsipras muss. Nur eine linker Regierung unter Leitung von Alexis Tsipras kann wirklich die Korruption bekämpfen. Endlich auch die Reichen und Bestverdienen gerecht besteuern und alles wenigstens so gut es geht soziale Gestalt. Nur eine aristische Regierung mit zumindest dem Alexis Tsipras kann mit mit einer politischen Weise beiträgt die Wahrheit, den Verhandlungen, die mehr sozialistische Verhandlungen, die mehr als die sozialistische Verhandlungen und die mehr als die sozialistische Verhandlungen für die Aufmerksamkeit besitzt. Nur eine Regierung mit dem Alexis Tsipras und Syriza kann mit einer sozialistischen Verhandlungen Griechenland ist seit der Artikel eine Ausnahme und ich möchte, dass hier eure Geschichte gerecht bleiben und auch eine Ausnahme bleiben. Die Europäische Regierung ist der einzige linke soziale Regierung innerhalb des Euro. Und ich verspreche euch, dann ärgern sich die anderen 18 Regierungen und sie haben es auch verdient, sich zu ärgern. Nun habe ich an Sie eine Frage. Mögen Sie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble? Nee, ich auch nicht. Und jetzt habe ich eine Frage. Sie sind die Frau Merkel und der Herr Schäuble. Nee, ich auch nicht. Wie soll ich denn das alleine schaffen? Ich brauche die Unterstützung einer linken sozialen Regierung in Griechenland. Und deshalb wählen Sie Zürichsa und Alexis Zypras. Ich sage euch jetzt schon, euer Lande. Und ich sage euch jetzt, ich danke dir. Und jetzt, ich sage euch, die Schäuble ist der Herr Schäuble. Vielen Dank. We are joining the force of the Syriza in this fight, because together we can achieve a new race, a Greece that shakes off the chains of the old elites and becomes a space for new hope and for new ideas. We are joining forces because our understanding of environmental justice means that there needs to be social justice as well, because it's the poor people who are suffering most from air pollutions, climate change, from unhealthy food, and environmental justice means affordable access to renewable energy. It means having the guarantee that your kids can grow up in a healthy environment, and it means that Greece will stay as beautiful as it is for generations to come. We are joining the forces of the power of the economy, because we believe that as a stop we have the environmental justice that is associated with the social justice. We believe that the environmental justice means the poverty of the people who are suffering more from climate change, climate change, climate change, climate change, climate change, and climate change. And we are all united in our fight for human rights. and human dignity, especially of those people who are most in need. And currently there is a lot of people who need our help. Those people are fleeing from the bombs of Assad. They are fleeing from the terror of ISIS. They are fleeing from a dictatorship in Eritrea. And those are the people we need to help. And let me be very clear, it is not a crime to be a refugee. What is a crime is to push back people. That is a crime. The Black and the SIRIS are trying to keep our efforts to protect human rights and human rights. Especially those who have the most need. And there are many people who have the need of help. They are people who try to act from the bombs of Assad, from the ISIS way, from a dictatorship in Eritrea. And as we are very clear, that to be a refugee is not a crime. The crime is to fall to men. This is a crime. If Europe does not welcome refugees, then we are violating, forgetting about one of our most fundamental values. But luckily, we have people all over Europe who are standing up against racism and to support refugees. or in Lesbos, in Budapest, or in Helsinki or Barcelona. To those people I want to say thank you, Aparesto, because you are saving the face of Europe. You are showing us what solidarity means. And you are showing us what humility means. If Europe does not guarantee those who have the need, it will lose its heroic roots. In all of Europe, however, there are people who are fighting and help the refugees. Either they are in Lesbos, or in Budapest, or in Barcelona, or in other cities. And to these people, I would like to say a big thank you. We thank you for showing us what is a sin.